Ich war an der Wand und hab wieder mal nichts laufen und hab mich gewundert, warum ich nicht wegkomme. Einer ist bei der Kiste draussen. Was? Was? Ich bin unter 10 in einem und ich gebe ihm 8 in 2. Erstmal erkannt, das ist klar. Hä? Nur noch der S-Clan. Also das Magazin ist auf der S-Clan. Eis klatscht, Eis klatscht, richtig Eis. Ja, war gut. Der 4k war top.